Was ist Claude für eine Person? Eine durchaus interessante Frage, zurück bei Fire Emblem Free Houses. Wir haben noch nicht so viel von ihm gesehen, aber ich persönlich hätte es gesagt, ein guter König ist ein bisschen viel am Platz, weil er ist ja aus der Allianz. Und ich wüsste nicht, dass da irgendwie mal die Rede war von einem König oder so. Er ist durchtrieben, ja, ne, er weckt eigentlich eher wie ein Spassvogel. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Wie gesagt, das ist schon über fünf Jahre her. Also... Und wie hat er das gemacht? Und wie hat er das gemacht? Und wie hat er das gemacht? Ich habe das Problem gemacht. Ich habe mich so gut, dass das Problem auch nicht so gut ist. Aber ich habe mich noch nicht mehr gemacht. Ich habe mich noch nicht mehr in den Augen geimpften, aber ich habe es sehr an die Behörden, die ich in den Augen haben. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich noch nicht so gut gemacht habe, ist es richtig. Das ist doch so. Ich bin der Eidl-Gart, dass die Riegan-Lio in der Reise zurückkehren. Ich glaube, dass die Klaude wieder nicht so gut ist. Klaude? Ja. Die Riegan-Lio und Däadra-Lio sind sehr濃. Ich bin sicher, dass ich dich in den Krieg am Ende schreibe. Aber das ist es, dass ich mich zu sagen, dass ich mich nicht so richtig anstrengen. Ich würde mich nicht so schnell an den Däudra schlussieren. Däudra, der sogenannte der Wiener Stadt. Der Wiener Stadt, der sich in die Welt fließend auf dem Wasser, ist, dass ich mich nicht in der Bühne stehe. Ich habe mich nicht in die Mitte der Däudra gezwungen. Ich habe das Gefühl, dass die Situation verändert hat. Ich werde nicht mehr von den Krieg, sondern ich werde den Riegan. Die Riegan und die Klohde sind die Verkaufs-Präsidenten. Die Riegan-Kirche, die Riegan-Kirche, der Riegan-Kirche wird. Das ist auch wichtig, dass die Däudra-Kirche nicht zu tun. Ja, einfach jetzt aber nicht, Leute. Der meiste ist Reisbrett. Könnte ja noch eine Speise. Aber egal. So, Ingrider Geburtstag. Ich würde sagen, eine Teestunde, aber er kommt. Das darf doch ruhig sein. Eine Teestunde. Hast du denn gerne Pfefferminztee? Danke. Danke. Hehehe. Es ist eine schöne Runde. Ich liebe diesen Pfeffer. Danke. Es ist schön. Scheint ihr zu schmecken. Hm. Wie weit kommen wir wohl heute? Ich glaube nicht allzu weit. Huh. Immerhin. Katzen. Was ist der Herr? davor? Das? Oder Dich? Das? Davor? 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 Das? Das? Also? Das ist nichts? Das ist das nicht so gut? wir haben ein geschenk oder so etwas und sie mag ja blumen noch ein bisschen die motivation steigern für die nächste unterrichtsstunde ja fand ich auch es war auch sehr erfrischend man schon jetzt niemals mein schaum so jetzt ist ja die frage gemacht geheime geschäfte so so wachstumsphase ein chor fest und wäre heute auch noch ja gut wir müssen an verkundungstur gehen weil es ist einzige tag im monat wo wir irgendwie gut angeln können insofern ist man findet ein lanzen turnier statt ok klingt auch nicht schlecht stimmt examen klappt bringen groß sind wie das jemand examen macht da ist jetzt die große frage noch gar kein ultimer siegel oder fehlen noch ein bisschen müssen ein kaputt kommen oder also wird es auch nicht mehr hin unterstützung zum beispiel michael edelgard wäre wieder mal etwas aber irgendwie wird daraus aber noch nicht so was in der nächsten zeit sonst ganz gespräche ja wenn wir da viele viele gespräche rufen hubertus verschwindelbus hubertus verschwindelbus ja 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 Aber ich bin der Herr, der Sie im Kuhnagel. Wenn Sie nicht den Kuhnagelhauten haben, dann können Sie das Recht geben. Herr Hedelgald, Herr Herr. Sie sind nicht wahr, aber ich bin der Kuhnagelhaut. Aber das ist eine Art und Weise. Ich bin trotzdem, dass Herr Hedelgald von mir selbst erinnert. Ich bin ein Einwander von Bessara. Ich hatte einen Einwander als Einwander, als ich als ein Einwander zu beherren. Aber ich habe nur noch einen Einwander von Bessara. Ich habe nur einen Einwander von Bessara. Ich habe nur einen Einwander von Bessara. Das ist, dass ich nicht die Wanderung des Wanderen von Bessara. Das geht nicht. So, wenn man mich an das Recht an dem Kuhnai-Koch in der Tat, und ich will sagen, dass ich nicht mehr als Verrug auf, dann werde ich den Kuhn-Koch-Koch in die Tat, dann werde ich mich an diesen Kuhn-Koch nicht mehr tun. Nein, das ist das nicht so. Ich sehe, dass ich nicht mehr Kuhnai-Koch in die Tat wirkliche. Ich bin der Tatum für mich nur für mich, Ich bin der Fall, Herr Hübel, und ich bin der Sie. Ich bin der Vestra und der Freisbelg. Natürlich auch der Herr. Wenn ich mich, Herr Hübel, bitte schau dir einfach darauf an. Ich bin der Fall, dass ich mich nicht mehr als Kleine verletzen muss, wenn ich mich nicht mehr überleute. Wievon wir die ganze Zeit haben, ist es wichtig. Herr, wenn wir einfach nur gehen, dann können wir es einfach um die Schmerzen des Wachstums hineinbringen. Ich glaube, dass es nicht der Schmerzen des Wachstum eines Wachstums ist. Ich verstehe, aber ich glaube, es ist nicht so gut. Du hast mir gesagt, dass du mir das Fenster schluss aufgerissen war, oder? Ich glaube, ich bin der Satz für mich. Aber ich bin allein, dass ich so schönes tun habe, ohne dass ich nicht mehr informieren. Ich glaube, dass ich alles, dass ich mich verletzige. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du... ...wenn du, wenn du auch, bist du nicht. Ich bin dann bei mir nur ein. Ah, das ist nicht so. Ich bin meine, die ich verletzte. Keine Ahnung, ich sage Ihnen, die Strafung mit einem Lachen zu beenden. Aus dem Begrünen von den Bremsen der Arto verletzten, ich habe noch nicht mehr den Schleuchten zu bekommen. Ich habe alles auf dich. Wie? Du bist auch auf dich? Sie waren auch an der anderen anderen Menschen? Ja... Du hast einen Schmutz und spielten, was für ihn Sie. Oh, so... Wer ist das? Das ist die Vergnügen von Edelgalt. Was sind das andere? ich weiß jetzt recht er kriegt eine liebeserklärung präsentiert und lacht dann darüber also ja lachen ein anderes ab ein anderer ab und lachen aber trotzdem es ist so ein diese die sie 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 Ich habe mich geholfen. Hau! Hübelto! Das ist jetzt... ... was ich... ... hast du gesehen? Es ist kein Problem. Nein... ... aber es ist ein Eidl-Gart. Ja... ... das ist ein Eidl-Gart. Ich habe mich geholfen. Ich habe mich geholfen. ... was ich nicht so, Hübelto? Hübelto... ... war ich nicht die Kulche? Nein, das ist die Kulche... ... aber... ... das ist ein Eidl-Gart. ... dass ich mich nicht so, Hübelto, ... er hat mich nicht so, was ich... ... dass es ein Eidl-Gart, ... dass es der Kulche... Das ist nicht anders. Aber wir haben nichts. Ähnliches und Kahn-Gern sind nur für Sie zu sagen, es ist nicht der Grund. Unsere Grund kann nicht anders sein. Ich mag seine Böge so einfach durch die Kahn-Gerl. Aber dann sollte man einfach sagen, wenn man die Kahn-Gern sollte, den Sie sich einfach so erstellen. Nein, das ist nicht so. Ich bin ehrlich gesagt, dass du dich verletzt hast und es ernsthaft ist. Ich kann dich mal richtig verletzen, dass die Einstellung von mir ist. Ich kann mich nicht verletzen, aber so machen wir mal. Kannst du die Hand machen, wie das Bruder? Na! Oh, okay. Wenn du im Leben bist, kannst du dich für dich dann sagen. Ob die beiden jemals noch gute Freunde wären? Ich weiss nicht zurecht. Ganz kurz schauen. Meck in Nailan sind da nicht mehr so viele Gespräche offen. Eigentlich. Vor allem Huber, der so viel hat. Verdammt viel. Ich weiß nicht. 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 Wir sind von Ihnen zu Ende. Wenn ich mich, wenn es Menschen ist. Ich kann das nicht mehr machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe. Aber es ist wirklich schlecht. Die Vorstellung der Vorstellung der Vorstellung war sehr gut. Wenn ich mich anstrengen, verabschiedetze, 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 verabschiedetze. Wenn man immer so stark bewegt, dann kann man das Wissen, wenn man das Wissen, wenn man das Wissen, Es kann sich in diesem Röda sein, dass ich das nicht so groß bin. Ich kann nicht mehr so viel sein. Es ist gut, dass ich es nicht so groß ist. Ich bin in der ersten Röda 2 Röda 2,5% der Röda, immer noch nicht mehr zu tun. Wenn ich den Röda 2,5% der Röda so lange nicht mehr so viel fließt, Ich glaube, dass die Röda 2,5% der Röda auf den Röda so viel so klappen. Wenn man hier arbeitet, dann arbeitet man hier. Manchmal ist das so. Ich weiß, dass ich nicht immer arbeiten kann. Wenn man die Geist-Ki-Den hat, dass man nicht arbeiten kann, dass man nicht arbeiten kann, dass man nicht arbeiten kann, dass man gar nicht arbeiten kann. Dann gehen wir. Wenn man sich nicht arbeiten kann, Aber ich glaube, dass ihr sehr gut arbeitet. Das ist wirklich. Wenn ihr zwei zusammenkommt, dann ist es ein Problem. Ich bin bereit. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht mehr. Ich denke, es gibt nur noch einen Geheimdienst. Aber ich werde das Wort geben. Ja, ich bin irgendwie so müde. Keine Ahnung warum. Es ist total crazy. Egal. Hubert! Ja, er hat noch viele. Wir machen nicht mehr alles. Heute gehen wir noch einen machen. Komm, Caspar! Ich habe mir keine Ahnung. Du haste einen Fuss zu sagen. Du hast es nicht so richtig? Ich habe mich nur an die Grund dafür gelegt. Ich habe mich so понравiert. Ich habe mich nur an der Vorstellung gemacht. Ich habe mich nur um ein Schmerz zu sagen. Ich habe mich nur an die Gruppe gemacht. Ich habe mich gerade gesagt, dass ich mich nicht mehr als ein Fuss zu verletzen habe. Ich habe mich nicht mehr als ein Fuss. Ich habe mich nicht mehr gemacht. Ich habe mich jetzt das Gefühl gemacht. Ich habe mich nicht mehr als ein Fuss zu kommen. Das ist das, was ich nicht. Hahahaha... Es ist nicht so, wie ein Geist. Es sollte ein Geist geben, aber... Wenn man sich die Geist geben kann, dann wird es nicht gefährlich sein. Was? Das ist nicht so, was ich gesagt? Das ist eine Wahrheit, aber... Ich denke, der Geist der Geist muss alle. So, dass das so? Wir haben nicht den Geist, aber wenn die Geist der Geist aufhören, dann wird alle sinnvoller Rettung gewachsen. Wenn die Geist der Geist aufhören, wird die Geist aufhören. Bei uns sind es die Vorredner der Schwerf-Berechen nicht mehr so gewonnen. Was für ein Schwerf? Soll ich gar nicht so... Es ist so wichtig, dass die Schwerf-Berechen alle. Das ist so. Sie können nachvollziehen und nachvollziehen, dass ich den Schwerf-Berechen mit dem Schwerf. Was haben Sie denn, Kasparl? Ich bin total zurückgekommen! Ich habe keine Angst, was ich zu sagen. Ich habe keine Angst, was ich zu sagen. Ich habe keine Angst, was ich zu denken. Und dann wird es wieder ein Geheimnis gescheitert. Und dann werden wir wieder mit einem großen Geheimnis gescheitert. Das ist... Ich habe es verstanden, was ich verstanden habe. Ich habe es nicht gesagt, dass ich einen Geheimnis nicht verwendet habe. zügeln zu müssen wenn schon er war alles klar es ist es ist keine ahnung was man halten soll warte mal was wir noch sehen wir haben dann noch eine mission nehmen quest das heisst von ihr war gut wir haben von dem her noch ein bisschen zeit dafür eigentlich monat des hüters eigentlich schon der monat der richtige monat sollten wir uns schon in ein paar wochen darum kümmern das sicher noch so ganz kurz noch gucken verkaufen alles so hätten denke vor allem vorrat aber doch irgendwo alles klar und ich habe mich schon gewundert den rest nicht verkaufen der passt so mehr oder weniger wie sieht es denn generell mit dem kaufen aus ich meine wir haben die kriegerwaffen die man langs aber sicher mal was ich überlegen könnte denken vor allem so krieger axt man kann ja zweimal angreifen also schlecht wäre sicher nicht kriegerpanzer eine gibt es leider nicht da ist ein bisschen schade trotzdem noch gerne gehabt silberschild halt was sie gibt es doch schon alles klar sie natürlich und ein bisschen wieder herstellen bitte erstmal noch irgendwie mit dem loch gucken welcher man da jetzt gerne ausrüsten würde ein paar haben wir ja vor allem bei denen muss ich mir was bringt und irgendwie auch sie macht schmieden über panzer hände ach ne geht noch nicht dann brauchen wir dann okay wir machen einen höheren rang dafür also nicht für diesen für den hier dozenten rang a plus das war noch machen kann und zent bringen und so ja so ein seminar hat ja vor allem hinsichtlich schwert für felix wäre eigentlich nicht die dümmste alle ideen eigentlich aber ich will eigentlich bis eine kunde und so war ja machen auch charakter erscheinung ich bin ja sowieso der meinung klasse oder vielleicht doch eher kloster aussehen dies trifft nicht auf alle beritten und alle outfits zu ja schon klar ich finde es ein bisschen schicker gut heisst ich muss Edelgard auch mal ganz kurz ihre klassen wechseln lassen bei ihm wird es doch nicht funktionieren war doch krass bei ihm geht es bei ihr nicht ok ganz kurz nach kloster jo könnte es doch jetzt auch offscreen machen aber es geht doch relativ zackig also kann man es direkt so machen ganz kurz gucken die klasse aussehen würde und wie sie eigentlich aussieht genau eigentlich große veränderung aber finde es trotzdem eigentlich noch schick das zeigt ja dass sie ein bisschen eigenart und weise haben jeder von ihnen ist ja einzigartig abend garderobe so bekleidung ach du scheiße ja ein bisschen creepy aber hier klappt es auch okay er ist ein bisschen crazy ja wobei bei raffael bei ihm passt die klasse danke so herrlicher panzer schrank okay mach es trotzdem wenn ich schon anfangen kann es doch bei allen durchziehen igna sagt gut die haben sowieso nie im kampf oder sitzen sowieso nie im kampf ein äh ich habe natürlich noch ich habe es auch was kann ich ihm noch machen okay bei ihm geht es auch nicht Kriegskleider er ist laut wird selig und sie ist eine die bing bei ihr würzen so aus ist aber ganz kurz gucken bei edelgard ja mir gefällt einfach die frisur bei ihr nicht muss leider zugeben dass das bei ihr nicht klappt das kapiere ich so jetzt nicht ganz aber ist egal äh pinwand nö wir nochmal ganz kurz raus ja die Folge wieder vorbei das ist doch einfach scheiße so schnell wie das immer umgeht viel zu schnell Freunde viel zu schnell okay wir haben trotzdem nächste Folge weiter ähm ja ein bisschen umgucken noch ein paar Dinge machen ich denke vor allem noch ein bisschen angeln und so und jo auch wenn Felixens mal gucken oder noch ein bisschen Sympathiebonus spielen bei Edelgard unter anderem wir werden sie sehen bis dahin bye 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 a